so hallo und herzlich willkommen zurück bei wie man sieht wir reisen jetzt mal dahin wo ich beim letzten mal wo ich jetzt nicht aufgenommen habe mal stehengeblieben bin um mal zu gucken was da abgeht und scheinbar geht es weiter dieser blöde ritter der mich mal geärgert hat indem man nicht sterben wollte den was sie jetzt einfach mal links liegen scheinbar sieht man den am besten zu zweit wenn man so ein eid hat aber den eid habe ich nicht kann ich zwar machen aber habe ich jetzt keinen bock drauf und hier bin ich stehengeblieben genau hier waren nämlich immer diese komischen ritter hier sind denke ich nicht so schwer gegen ihre schläge kann man blocken die halten auch nicht so ganz aber man würde sich auch nicht unbedingt treffen lassen von denen nun gut ob ich noch eine bessere waffe habe weil jetzt der streitkolben besser ich glaube den habe ich vorhin mal eine weile benutzt ich werde ich mal mit zwischlin trocken welche waffe denn mehr schaden macht ich müsste er streitkolben mehr machen ne halt warte mal 125 ja doch ok noch zicken streitkolben ja so hier dann habe ich schon eine zogen nachricht schwäche hoffnung ok so kann ich meine sinnvollen nachrichten doch den hat nein bewertung und ich war nicht immer eigentlich ne das war nicht ach ne das ist gelesen ich muss gucken was war es für die frau der selbstrechte ja da war jemand derselbe meiner ok ok jetzt sind die drei dran aber das kein problem wie kann man nämlich einzeln rauskiten wir gehen mit den Schilke bleiben zurück genau und der mit dem Schwert oh scheiße ich werde den mal rauslocken weil ich habe keinen bock den hier zu bekämpfen weil am ende verlegt bloß noch runter muss rechen ok ok da war schon down jetzt kommen die zwei Kumpels hier an genau hier kommen auch alle beide gleichzeitig da habe ich ihnen nicht so Bock drauf jetzt mache ich es okay oh ich schaffe aber ich glaube die mal probieren die auch zu manövrieren und dann in diesen Tempel rein zu laufen dann habe ich nämlich ein bisschen mehr Platz zum kämpfen oh ist eh nicht ok easy gut beim letzten mal habe ich nämlich auch schon diesen äh Hebel hier gezogen ist das noch eine Truhe ne hab ich grad verguckt ein bisschen nicht zu aber sie ist noch nicht zu ich kann mich nicht zu die 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 von hinten mit schild halten ist ja mehr aus okay alles klar verstehe vielleicht sollte man menschlichkeit benutzen menschkeit leider ist man ja dazu gezwungen und kann menschlichkeit zu benutzen gleich stein das neue Bleistein, Bleistein Bleistein, Bleistein Bleistein, Bleistein Warte Gifte stellen, Bleistein, achso Ich habe Zusatzkräfte von Ausrüstung auf Verbraucht man denn sowas Ist ein Scheren negativ Mal hier Nicht aufgeben Naja, pass auf Nachricht verfassen Versuch So Techniken Versuch Versuch Totstellen Nicht so gut gut Ne Köder Genau Ich hole mir wieder, auch wenn es nicht sonderlich viel war Dann kann man nicht Oh, alter Schwede, da muss ich aufpassen Da Weg ja Fast runterfahren Okay, jetzt kommen die wieder an Wieso, ich bin das letzte Mal? Okay, kamen die alle beide? Ne, ich glaube ich bin so weit zurückgelaufen Bis einer irgendwie sich verpisst hat Guck mal Guck mal Feier Mit Ganz Wurper Komm schon so das kann doch die kamera vielleicht den letzten mal macht da ich so wann die beschaffen wie ich glaube da haben wir die irgendwie irgendwie trennen können voneinander aber ich weiß nicht mal wie die menschlichkeit wirklich benutzen ich sterbe so schnell noch eine menschlichkeit da gibt es noch welche hier ist mein letzter einfach nicht sterben ich habe es im wohnen nö wenigstens liegen meine was soll die mögliche von was wir was hier ist schon frei Okay, scheiß mal. Oh, man, das war doch klar, das ist ein Scheiß. Mich nicht vorbeigelassen. Gut, dass ich gerade Menschlichkeit benutzt habe. Ha, gay. Gut, dass ich gerade Menschlichkeit benutzt habe. Oh, da haben wir schon alles drin gemacht. Uh, weiter schwer. Okay. Ich würde mir hier Seelenbrücke an die Schule, der kommt ja weg. Okay, noch mehr. Ich lage ja nur einen Meter weiter, der hätte ich bloß mal zurückkommen sollen. Scheiße. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Ich will mal kurz das Schwert. Der magische Schaden vielleicht funktioniert bei Ihnen besser. Oh, ne. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Na denn, brauchst du am Blau auch, Gott, ey. Ich hab schon mal verjessen, was die machen. Oh, komm, jetzt hier. Können wir eigentlich still hier bekämpfen, oder? Zu früh. Mach keinen Scheiß jetzt. Mach keinen Scheiß jetzt. Doch. Ich hab doch geblokt. Oh, komm, der ist auch nicht stürmt. So, jetzt brauchen wir eine Taktik. Jetzt kann ich... Oh, Scheiße, nicht mehr. Schneide genug. Chill doch. Komm. Aus, wo er mir fehlt. Oh, Scheiße. Fehle ich hier noch mal? So ein Dreck. Boah, alter Schwede. So ein Scheiß aber auch. Na. Aber im letzten Mal gleich auf Anhieb geschaffen. Jetzt auf jeden Fall schaffe ich die nicht mehr. Also ein Dreck. Dabei hatte ich die eben noch schon fast. So, wo sind die anderen Seelen? Okay. So, Konzentration jetzt. Guck mal hier. Oh, okay. Nicht zu grünen werden. Oder? Schild des alten Ritters. Hört sich schon mal interessant an. Guck mal, das wäre besser. Aber Belastung ist halt hoch, oder? Hm. Nee, leider nee. Nee, nee, nee. Bisschen, bisschen mehr stark, oder was. Hm. Schade. Schwische Höhle. Vielleicht sollte ich so schnell wie möglich dann zu eigenen Höhnen rennen. So schnell wie möglich. Oh, fucker. Ohne Auszauber macht man halt erstmal nichts. So. Hier staubend um 18 Mal. Staubend um 18 Mal. Da staubend um 18 Mal.